Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von OMSI. Ich bin Player1993.000 und ich sage Hallo. Wie ihr seht, will ich euch heute mal einen neuen Bus vorstellen, der es hier, ich glaube, heute erst rausgekommen ist, weil ich sogar zufällig im OMSI-Forum habe gesehen, ach, ein neuer Bus. Aber ich werde mir nach nahe zeigen, werde ich mal den Leuten den vorstellen. Und zwar ist das ein M 121 MB vom DJ 677 von der Firma Jelz oder wie auch immer der heißt. Das ist ein polnischer Bus, deswegen weiß ich nicht, ob der Name richtig ausgesprochen ist. Auf jeden Fall will ich euch den Bus heute mal zeigen. Dann gebe ich auch mal rein, weil von außen kann man vielleicht die Tür aufmachen. Hier. Cockpit, ja, sieht auch ganz schön aus hier. Hier ist das Cockpit. Auch ganz neue Geräusche, die man vorher nicht kannte von OMSI. Auch von hier aus kann man hier alle Fenster öffnen, schließen, öffnen, schließen, wie auch immer. Hier oben kann man auch Fenster öffnen. Ah, man kann mehr. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Das habe ich mir vorher nicht aufgefallen. So, dann drückt man einfach E und dann wie immer elektrik. Starten wir die Motor mal. Türsteuerung ist auch ganz normal, wie immer. Nur das einzige Problem hier ist, dass die Tür hier klemmt. Warum auch immer. Das muss hier noch verbessert werden. Also, wenn man jetzt auf der linken Türflügel, also wenn man jetzt auf der 10er Tastatur die Divisionstaste drückt, dann wird also hier die eine, die erste Tür geöffnet, und auf der anderen Taste dann die zweite Tür. Und wenn man Minus drückt und die Haltesteinbremse anzieht, dann natürlich ganz normal hinten die letzten Tür. Gut, soviel dazu. Jetzt wollen wir auch gleich mal losfahren. Was hier noch ein kleiner Fehler ist, und zwar das IBIS-Gerät. Wenn man nämlich hier eine Linie eingibt, oder ein Ziel, ähm, ich kann es ja mal gut demonstrieren. Auch manchmal klemmt hier irgendwie die Taste, ich weiß auch nicht warum. Wenn man jetzt hier irgendwas eingibt. 0, 7, 6, 0. Oh, jetzt hat er schon elektrik gemacht. War nicht das leer. Nochmal. 0, 7. Ne, dann schaltet er mal irgendwie um. Ich nirb ruhig ein wenig hier, das ist ein bisschen doof mitmacht. Ja, nochmal. Klemmt die Taste irgendwie, muss man hundertmal raufklicken, bevor irgendwas passiert. Nach. Ja, das ist sehr verzwickt hier. Noch eine Weile hier rumgesessen, irgendwas hinzukriegen. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier irgendwas eingeben würde, worauf ich jetzt keine Lust habe, würde hier vorne am Zielgerät nichts angezeigt werden. Hier ist überhaupt nichts dran. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten ist es ein sehr schöner Bus, und dann wollen wir auch gleich mal losfahren. Jetzt mal ohne Fahrplan. So. Alle bis durch. Dann fahren wir auch gleich mal los. Hier sind die Rückspiegel, sind auch alle da. Also der Bus ist eigentlich ganz freundlich, wie es schaut hier auch cool aus. Läft sich ja so gut an. Also der Sound ist schon mal gut, auch von welcher ist man unten und dem ist so gut passiert. Und dann kann man ja überhaupt nichts mehr sehen. Also der Sound ist schon mal gut. Also ansonsten, ja, das sind noch ein paar Mängel am Bus da, mit einem, erstens der Tür, dass die Tür irgendwie klemmt hier. Dann, ähm, dann auf zweiten Stelle das Ziel, also die Zielanzeige funktioniert irgendwie nicht. Irgendwie frage ich auch mit dem Ibis nicht gerade, irgendwie nicht richtig klar. Ah, ich weiß auch nicht warum. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, für die, die den Bus schon kennen, könnten mir ja schreiben. Ähm, ob das ein Fehler ist im Bus oder nicht, ich weiß es nicht genau. Ah, der Huber funktioniert auch. Klingt ein bisschen leise irgendwie, oder? Nö, irgendwie doch nicht. Nö, das nochmal. War nur eine Einzelne. Aber auch von Instagram, der Bus sehr schick aussieht, würde ich sagen. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr den Bus ja findet. Ähm, ob ihr den downloaden sollt, naja, also, testen kann man ja auf jeden Fall, der fährt sich gut. Nur, dass eben mit der Tür klemmt hier und Zielanzeige. Okay, darüber kann man ihn wegsehen. Aber ansonsten ist es ein schöner Bus. Also, mir gefällt er immer. Vielleicht kommt ja demnächst noch ein Update, damit der Bus ein bisschen verbessert wird. Außerdem packt er, der Bus irgendwie, der Bus eignet sich irgendwie für die Map Stettin. Ich muss mal sagen, weil es ja ein polnischer Bus ist. Deswegen, der eignet sich ja schön dafür. Ich hab ihn jetzt nicht über, noch in Stettin noch nicht getestet, aber. Der sieht schon gut aus. So, dann fahren wir mal weiter. Ach, fahren über die Städte Straße. Geht so viel schneller. Ich hab ihn jetzt gemacht. Ja, ich hab die Hamza geserkscht. Deswegen hat er hier so plötzlich angefangen zu begrenzen. Schon gedacht, was ist jetzt los, ne? Also, auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Bus. Es ist ein schöner Bus von außen auch. Also, innen, draußen, innen fährt sich gut. Wie bereits gesagt, ja. Und dann fahren wir noch ein bisschen links in Haltstellen und dann machen wir Schluss. Und dann fahren wir noch ein bisschen links. Hier sind wir schon in Einsteindorf Krankenhaus. Ich glaube, es ist nicht so weit. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr den Bus findet. Wie ihr mein Video findet. Wie auch immer. und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, wie gesagt, tschüss, euer Player193000. Ach, was ich noch sagen wollte, das habe ich vergessen. Den Bus geht es im OMSI-Forum. Ja, das habe ich vergessen. Also OMSI-Forum, ganz normal ist es OMSI. So, jetzt kann ich tschüssen. Also tschüss, euer Player193000.